Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr schon zweiten Teil des Microsoft Teams Admin Center Tutorials. Ich weiß, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, wenn man das so ausspricht. Und ich hoffe, ihr könnt mich heute auch gut verstehen. Ich bin leider etwas nasal unterwegs wegen der aktuellen Pollensaison, aber das soll uns nicht davon abhalten, uns heute hier mal den zweiten Menüpunkt, nämlich Benutzer anzuschauen. Im letzten Video ging es ja hier um Teams, heute wie gesagt zweiter Menüpunkt Benutzer. Und ehe ich zu lange drum herum rede, würde ich sagen, gehen wir direkt hier mal in die Verwaltung von Benutzern rein. Disclaimer zu Anfang, ihr seht hier einen ausgeblendeten Bereich bzw. zensierten Bereich. Das liegt einfach daran, dass hier natürlich auf dem Tenant, der ist produktiv und da arbeiten auch entsprechende Nutzer. Und die Nutzer wollen natürlich nicht, dass die hier erscheinen in so einem Online-Video. Deswegen habt bitte Nachsicht, dass ich die hier ausblende. Euch sollten aber keine Funktionalitäten hier verloren gehen. Ihr seht ja trotzdem, was ich entsprechend anklicke. Und gerade über den ersten Menüpunkt will ich auch nur grob sprechen. Denn hier geht es hauptsächlich um Einstellungen, die wir dann in den folgenden Menüpunkten auch nochmal regeln. Und das soll auch gar nicht so der Fokus hier heute sein. Deswegen nur ganz kurz, wozu ist das Benutzermenü da? Ihr seht hier schon rechts Richtlinien anzeigen. Das heißt, ich kann mir hier von einzelnen Nutzern Richtlinien anzeigen und die dann auch später bearbeiten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe vielleicht hier im Teams-Richtlinien im ersten Video eine Gruppe für Lehrer angelegt und den Lehrern bestimmte Richtlinien zugewiesen. Und jetzt gibt es aber den Infolehrer, der hat halt aus seiner Funktion heraus vielleicht ein paar andere Anforderungen. Und der Infolehrer, der braucht eine andere Richtlinie. Dann kann ich hier reingehen, in Richtlinien anzeigen, kann dem Infolehrer eine extra Richtlinie zuweisen. Die Funktion gibt es. Ich würde euch aber abraten, das so zu machen, weil je mehr ihr individuelle Benutzerzuweisungen von Richtlinien macht, desto bescheidener wird es dann für Kolleginnen und Kollegen von euch, die vielleicht den Tenant ebenfalls mit verwalten und mit administrieren. Denn so Einzelzuweisungen, das ist eigentlich wirklich nur was für ein Notfall oder Testfall. Und normalerweise würde ich euch empfehlen, macht dann in meinem Beispiel vielleicht eine extra Gruppe für Adminlehrer oder vielleicht eine Admingruppe, haut den dort rein und weist denen dann entsprechend eine andere Richtlinie darüber zu. Es lassen sich auch andere Einstellungen hier machen für die Nutzer, zum Beispiel Voicemail. Ich kann mir die Nutzungsstatistiken angucken. Das sind aber alles Funktionen, die ich auch hier später in den Menüpunkten habe, die wir uns noch angucken und die ich auch über Richtlinien und Ähnliches verwalten kann. Deswegen, das soll es auch schon zu dem Benutzermenü hier gewesen sein. Wie gesagt, schaut euch das gerne an. Es ist selbstklärend, Richtlinien könnt ihr dort überschreiben, würde ich euch nicht empfehlen. Der Rest kommt in anderen Videos. Wir gehen hier mal zum Gastzugriff und zum externen Zugriff. Und das sind die zwei Punkte, die am meisten verwechselt werden, selbst von Personen, die mit Teams zu tun haben und vielleicht mit Teams schon ein Stück arbeiten. Deswegen lasst mich das euch kurz erklären, worin hier der Unterschied besteht. Ich mache erstmal den Gastzugriff an, damit ihr erstmal seht, was es für Menüpunkte gibt. Und dann sage ich euch mal, was Gäste überhaupt sind. Also Gäste sind Personen, die ihr in euer Teams einladen könnt. Also zum Beispiel jemand, der in einer anderen Firma arbeitet, mit dem ihr aber vielleicht ein gemeinsames Projekt macht und mit dem Zusammenarbeit ermöglicht werden soll. Diese Person, die kann dann in euren Kanälen entsprechend arbeiten, die kann mit euch Dateien teilen, die kann eben richtig mit euch arbeiten und die bekommt dann in Microsoft Teams auch entsprechend so einen Umschalter angezeigt. Ich zeige euch hier gerade mal ein Screenshot, wie sowas aussieht und kann dann auf den entsprechenden Tenant wechseln. Also es ist jetzt nicht so, dass eure Teams dann der Person einfach in ihrem bestehenden Client angezeigt werden, sondern die muss wirklich richtig oben dann über den Menüpunkt wechseln. Vielleicht ändert sich das in Zukunft auch nochmal mit Teams, aber aktuell ist es halt so. Also hier geht es wirklich um eine Art permanente Zusammenarbeit. Also es ist nicht so nach dem Motto, ich chatte mal oder mache ein Meeting nur mit jemandem, sondern die Personen können wirklich mit euch zusammenarbeiten über eben Kanäle und entsprechende Funktionen, die MS Teams so bietet. Wenn ich diese Funktion hier auf einschalte, dann kann ich hier als Nutzer oder beziehungsweise Verwalter eines Teams, ich gehe hier mal kurz in Teams Client rein, kann ich hier Mitglieder hinzufügen. Also in dem Fall würde ich jetzt hier mal auf Add Member klicken und in dem Suchfeld sehe ich ja normalerweise nur Nutzer meiner eigenen Organisation. Wenn ich aber hier den Gastzugriff ermögliche, wenn ich ihn einschalte, habe ich hier auch die Möglichkeit, entsprechend Nutzer von anderen Organisationen einzuladen. Insofern die das natürlich bei sich auch zulassen für die Richtlinien, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber ich könnte jetzt hier eine E-Mail-Adresse, zum Beispiel irgendwas at Microsoft.com eingeben und dann kann dieser Microsoft Mitarbeiter, die Microsoft Mitarbeiterin mit mir entsprechend dort in so einem Team zusammenarbeiten. Also das ist diese Funktion Gastzugriff. Für die Gäste kann ich natürlich entsprechend hier dann diese Richtlinien aktivieren. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, so jemand, der über so einen Gastzugriff reinkommt, der soll halt keinen Chat nutzen können, der soll keine Gäste nutzen können, was auch immer, warum auch immer ich das machen sollte, es sei mal dahingestellt, aber das kann ich halt hier entsprechend regeln. Und dann gibt es noch hier den externen Zugriff. Beim externen Zugriff geht es um Chats, beziehungsweise auch Anrufe. Das heißt, wenn ich hier nochmal in den Teams Client reingehe, habe ich ja hier den Menüpunkt Chat und darüber kann ich ja entsprechend auch externe Leute an chatten. In Klammern, insofern, dass hier über den externen Zugriff möglich gemacht wird. So, ihr seht hier gerade bei dem Tenant sind alle externen Domänen blockiert. Das heißt, wenn mein Beispiel jetzt Microsoft Mitarbeiter einen dieser Mitarbeiter hier anschreiben würde, also nicht über den Gastzugriff wohlgemerkt, der ist nicht eingeladen, der chattet den einfach nur an, dann würde es nicht funktionieren. Das heißt, ich müsste hier reingehen und sagen, entweder ich erlaube alle Domänen, natürlich, das ist eine Option, oder ich sage nur bestimmte externe Domänen zulassen. In meinem Fall würde ich dann hier Domänen hinzufügen und at Microsoft.com einfügen. So, und dann kann der Microsoft Mitarbeiter auch mit meinem Nutzer chatten. Das ist eine Einstellung, die in den meisten Fällen mit IT-Sicherheitsabteilungen abgestimmt werden muss, denn da geht es wirklich darum, das können natürlich dann auch in dem Fall Betrüger sein, also das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass eben zum Beispiel, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal Volkswagen, ne? Ich habe eine at Volkswagen.de Adresse und da ist jetzt vielleicht irgendein Buchstabe fehlt dann einfach in der Domäne und das scheint für mich, wenn ich flüchtig drüber gucke, wie jemand von Volkswagen zu sein, der mich dort gerade anschaltet, ist es auch vielleicht gar nicht, ne? Also solche, in Anführungszeichen, Attacken, solche Pishings können dort vorgenommen werden, deswegen auf alle zulassen ist empfohlen, so für kleine Firmen, für mittlere Firmen, die vielleicht gar nicht so mega hohe Sicherheitsanforderungen haben. In größeren Unternehmen mit auch höheren Sicherheitsanforderungen würde ich hier zumindest die Liste begrenzen und dann sagen, okay, wenn der Nutzer mit jemand extern chatten will, dann soll er mir doch bitte dann auch die Domänen vorher sagen und ich halte das entsprechend frei. Also es ist wirklich eine Einstellung, die IT-Sicherheit an der Stelle betrifft, beziehungsweise auch vielleicht Compliance in eurem Fall. Dann habe ich hier noch so zwei externe Möglichkeiten, also ich kann auch mit Skype-Nutzern chatten und die Funktion hier aktivieren, das sind dann ganz normale Skype-Adressen und genauso auch Teams-Konten, die nicht von einer Organisation verwaltet werden und das wäre in dem Fall jemand, der Microsoft Teams privat nutzt. Also das geht ja auch mittlerweile und das kann ich ja auch ein- und ausschalten und damit entsprechend den Leuten ermöglichen, meine Mitarbeiter anzuchatten oder umgekehrt meinen Mitarbeiterinnen zu erlauben, nach außen zu chatten. Also das sind so die beiden Wege, die da funktionieren. Also nochmal zusammenzufassend, externer Zugriff ist für diese flüchtige Zusammenarbeit, für das Unchatten, für das mal schnell telefonieren, Gastzugriff schon für die permanentere Zusammenarbeit. Jemand soll wirklich Teil eines Teams werden, soll auf Kanäle zugreifen können, dann nehme ich den Gastzugriff. In beiden Fällen setzt das natürlich voraus, dass die entsprechend andere Organisation oder das Gegenüber diese Funktion natürlich auch aktiviert hat. Also das muss man immer mit beachten, wenn sowas sozusagen nicht klappt, wenn ich jemanden beispielsweise nicht bei mir einladen kann, wenn ich jemanden nicht anchatten kann, dann ist es auch immer wichtig, nicht nur die eigenen Einstellungen zu prüfen, sondern auch beim externen Tenant mal nachzuschauen bzw. nachzufragen. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal ein bisschen weiterhelfen und das war vielleicht auch etwas sinnstiftend für euch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann entweder gerne in die Videokommentare oder auf dem Discord-Server, der verlinkt ist. Da sind noch ein paar andere, die entsprechend auch kompetent auf eure Fragen antworten können und da bekommt ihr wahrscheinlich auch schnell eine Antwort. Also packt die gerne dort rein, Kommentare natürlich auch gerne bei YouTube, da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut! Bis zum nächsten Mal!